Willst du jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen, oder? Weil da eh wahrscheinlich nur Disse rauskommen würden jetzt, wenn du diese nicht erwähnenswerte Kopfbedeckung trägst. Oh Gott, ist das so schlimm. Du weißt, irgendwann wird uns das verfolgen. Irgendwann, wenn du deine Late-Night-Show hast, dann packen die Leute nämlich diese Bildmaterialien wieder aus. Das Problem ist, glaube ich, es gibt schlimme... Ups, jetzt habe ich doch was gesagt. Na ja, gut, dann kann ich es auch weitermachen. Ich glaube, es gibt schlimmere Bilder von mir. Unter anderem eins, wo ihr nackt seid, wo du neben einem muskulösen, nicht auf normalem Weg braun gebrannten Mann sitzt. Ja, genau sowas. Die findet ihr übrigens... Ich könnte jetzt eine Seite sagen, wo man das als Wallpaper findet. Aber das macht euch schlimmere.net. Wenn du nicht diese Tabasco-Flasche in völliger Komplexität in deinen Hals geschoben haben möchtest, würde ich das an deiner Stelle nicht mehr machen. Nein, nein, nein.